Ich hab's satt, hier zu sitzen. Tja, weißt du, Schwartz hat gesagt, wir müssten bald auf der Raumstation eintreffen. Was sind das wohl für Knöpfe? Nein, warte, was machst du? Du kannst nicht einfach knöp... Was? Was ist passiert? Was ist passiert? Mein ganzer Stuhl hat angefangen zu vibrieren. Oh, unfair, ich will auch vibrieren. Ist toll. Fühlt sich gut an. Meine Stimme klingt verrückt irgendwie. Was ist passiert? Sie haben an der Raumstation angedockt. Hey, Schwartz, wir haben an der Raumstation angedockt. Oh, wirklich, meine Güte. Danke für die Information. Ihr seid fest verankert, also könnt ihr jetzt die Raumstation betreten. Roger, Schalt. Ja, ich rogere auch. Na dann, Kit, verlassen wir das Liebes-Shuttle und entern wir die Raumstation. Ja, bringen wir Tempo in die Story. Ich wollte nur noch sagen, wir wissen nicht, wer oder was diese Raumstation gekidnappt hat. Und wir werden es erst erfahren, wenn wir reingehen. Ja, ich denke, das haben wir schon deutlich gemacht. Dann lass uns reingehen. Ich warte nur auf dich. Und los geht's. Hoffe ich doch. Waffen auf Betäuben einstellen. Richtig so? Nein, deine steht auf Schmelzen. Oh. Willst du die Raumstation einschmelzen? Eigentlich nicht. Geht weg. Hier, Kit. Sorry, willst du vorgehen? Nein, nein, ich dachte, nein, du kannst gern... Geh du. Nein, ich dachte, du willst vorgehen. Geh schon vor, ich bin gleich hinter dir, also geh. Was soll denn das? Du hast doch gesagt, ich soll. Ich soll, also... Okay. Oh, steht auf Schmelzen. Na dann, Kit. Schön cool bleiben. Ja! Fafade, Fafade, Fafade! Hey. Ich glaube, ich habe erwischt, was auch immer uns da angegriffen hat. Wohl doch nicht. Captain Man? Ich bin auch hier. Kit Danger, ich bin auch wichtig. Ach. Ich bin auch hier. 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 Bis zum nächsten Mal.